Hä? Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, wenn sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Och komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Inter... Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum sprichst du mich da nicht an? Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum sprichst du mich da nicht an? Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum sprichst du mich da nicht an? Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha. Und wie? Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an. Da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir. Es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Und wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Manu, wo ist er denn? Ähm, du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht. Oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutoriel. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Sieh her, Bozo. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Aber du musst vorsichtig sein. Vorsicht ist was für Leute, die nicht mit Überraschungen umgehen können. Aber in diesem Fall wäre die Überraschung der Pressenstempel, der dir mit der Kraft einer herannahenden Dampfwalze den schädelt. Pst! Du verderbst mir noch die ganze Überraschung. Ha! Es passt! Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Ruf es! Nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Ich hab's nicht zu lange.